Also ich finde eigentlich die erste Halbzeit ganz gut. 10-10 in der Halbzeit, das ist ein guter Ausgangspunkt für uns. Dann haben wir ein bisschen Probleme in Anfang der zweiten Halbzeit. Wir kommen drei, vier, fünf Tore hinten und dann wird das schwierig für uns. Aber wir kämpfen sehr, sehr gut und wir kommen zurück, aber leider nicht gut genug.